Hallo, ich bin Lasse Kong und habe Cranky auf der Schulter. Wir sind hier immer noch bei Tropic Freeze. Ich habe ja anscheinend ein Geheimlevel entdeckt. Aber wie komme ich zu dem anderen Level da unten? Geht's doch auch da unten lang. Keine Ahnung. Und warum ist da noch DK-Münze? Keine Ahnung. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bisschen doof, dass der Geheimausgang am Ende war von dem Level. Dass man die ganzen Level normal spielen muss, man war noch ganz drin, glaube ich. Naja. Gibt's Schlimmeres in der Welt. Guck mal. Aua. Nicht will, Didi. Gib mit, Didi. Didi ist aber auf der sicheren Seite. Gehen. Un ensoup. Gehen. Guck aber auch. Bist dulaş. Guck恐elig. Guck mal. Und geteuerung. Aberzettu. So, komm ein bisschen tiefer, da muss ich mich nicht so anstrengen, hier. So, machen wir's, Spezial-Alarm. Und dann lass den Dings wegfliegen. Du brauchst es nicht. Du bist zu gut dafür. Ja, die brauchen wir auch nicht mehr. Hey. Spinner. Oh, ja. Oh. Nicht aufpassen, einfach sterben. Das war eben noch nicht da. Oder ich hab's noch nicht gesehen. Wie. Munch. Wie. Wie. Diesmal falle ich da nicht drauf ein. Aber auf dich falle ich da drauf ein. Boah, hebe ich die ganzen Dings hoch. Shit, da bin ich weiter runtergefahren. Oh, da war wirklich nichts oben, oder? War da noch irgendwas spannendes? Bestimmt nicht. Gib mir erstmal den Checkpoint. Na Didi, was geht ab? Altes Haus. Ja, haben wir die Gegner gut besiegt, dass wir es nicht einsam bekommen. Professionell. Ich muss sagen, den Retail, den mochte ich gar nicht so sehr, aber der hier ist bisher richtig gut. Ah, komm hoch hier. Ach ja, schön. Noch jemand? Oh, da sind Bananen gewachsen. Ich war nicht schnell genug. Ich war doch schnell genug. Ja, so macht man das hier. Killer. Eine Münze. Ich versuche jetzt nicht verrückt die ganzen Dings einzusammeln, die ganzen Puzzleteile. Es geht beim ersten Mal eh nicht gut. Wüpfelwirrwarr. Wüpfelwirrwarr. Bist du bereit? Ich bin bereit. Zack. Bam. Bam. Da sind wir. gleich zu beginnen na komm komm das war ein bisschen knapp aber ich habe es geschafft Hauptsache geschafft das ist mein Motto ok hohoho manchmal muss mein Gehirn wieder einschalten dass ich vielleicht nicht das Steuerkreuz benutze sondern den Stick wie ich es ausgewählt habe am Anfang da da K.O.N. haben wir schon mal oi 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 da war ich weg da k.O.N. 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 Boah. Genau. Da bist du sicher, wenn du dich festhältst. Ein extra Leben. Vielen Dank. Leider habe ich das Geh nicht. Und ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil ist nicht besonders viel. 20%. Mathe-Profi. Hier unterwegs. Bam, bam, bam. Mir kommt vor, als wäre da oben auch noch rausgekommen. Aber egal. Half-Pipe der Hauptstarke. Half-Pipe der Halbstarke. Das ist schwer aufzusprechen. Half-Pipe der Halbstarke. Half-Pipe der Halbstarke. Ich kann das nicht besonders gut aussprechen. Aber ich bin auch kein Sprecher. Ich bin ein... Erzähler. Einsen. Tada. V. V. Na? Mach dich platt? Okay, da kann man drauf springen auf den. Jetzt? Legst du es wieder mit mir an oder was? Irgendwann treffe ich dich auch noch. Das war ja nicht so geschickt. Das war ja nicht so. Was ist jetzt? So. Machst du den Roller, dann spring ich über dich rüber. Das machst du hier nochmal. Und dann lande ich auf dir. Das gefällt dir, oder? Ich glaub, da hat jemand schlechte Laune. Das war ich. Ich hab dich auf dem Ballroom. Ja. Und jetzt? Da. Wann soll ich dann drücken? Wie beim ersten, weiß ich nicht, wo ich da drücken kann. Bad Bounce. Damit haben wir die erste Elite geschafft. Nicht wahr? Das ist doch Erfolg. Erfolg hier. Bäm. Einmal zur nächsten Insel. Ich glaub, der entgegnet zur Eule, oder so. Ja? Gefühl gerädert. Äh, gemührädert. Lesen will gelernt sein. Ähm, aber jetzt erstmal... Erstmal gut. Hier geht's den nächsten Mal weiter. Tschüss.